Es ist wieder Zeit. Good Bad Bikes starten in der ersten Frühlingssaison mit einer reichhaltigen Palette an Technik und Design. Der Schnutz passt zur Mustache. Technik und Design widerspricht sich nicht bei Thalmann, in der Nähe des Spitals. Übrigens auch nicht Freundlichkeit und Verkaufen. Man ist auch bereit für ein Gespräch und der Chef zeigt, was er selber drauf hat. Der Hund kann sich fast nicht entscheiden. Er ist auch Kunststück bei einer reichhaltigen Palette an Technik, an E-Bikes, auch an anderen Velo. Wirklich eine ausgefallene Auswahl an Velo mit ganz spezieller Technik zum Teil. Und eben auch für die Kleinen ist etwas dabei. Ganz klar, das muss sein. Ihr seht den Juniachef. Und wenn dann eine Beratung gefragt ist, dann ist die da. Auch wenn mal etwas kaputt geht oder eine Wartung ist, dann ist man da. Auch die Jugend ist herzlich willkommen. Der Chef fährt selber herum. Natürlich nicht nur immer im Kreis, aber für uns hat er das jetzt mal so gemacht. Goodpat Bikes ist wirklich ein spezielles Geschäft, das jetzt Neufuss fasst in dem Velomarkt mit ganz speziellem Design. Und ihr seht, also schon der Juniorchef hat es eben drauf. hat eine Ausnahme von der Hallen im Leben zu корпum fahren. Bei einer Reichen bei einer mit der Luleinbox. und ihr seht sie nicht. Jetzt sind die Marite von der Hallen im Netz in dem Norden. Und ihr seht, also schon der Main den Weg und der Hallen im Bild. Und ihr seht, also das letzte Mal.